Sonja? Ja? Weißt du eigentlich, ja, das habe ich dir eigentlich noch nie gesagt, dass ich mich deswegen nicht in die Küche stelle zum Kochen, ja, weil ich es einfach ein Übermensch bin, ja. Ja, ich kann mich noch nicht mal am Fett verbrennen und am Herd schon mal gar nicht. Ja, okay, manchmal verbrennt sich der Herd vor mir und das Fett ebenso. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich einfach nicht in die Küche kann. Lachst du mich aus, oder was? Nein, gar nicht. Nicht, du hast vorkommen.